Los, schieß da drauf! Tchomi, du musst da drauf schießen! Na, die Wiese sind nur an. Blöde Türme. Oh. Ah, na klar. Wow, 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 wow! Weg mit dir! Lass meine Alex in Ruhe. Ja, Sprungminen, sehr toll. Und auch sehr nervig. Das ist so eine 50-50-Sache mit denen. Erwischt? Nein, hab ich nicht. Alex! Schnell! Schieß alles raus, was du hast! Weg mit dir! Ich hab dich, äh... Armer Kerl. Aber er kann nix dafür, dass er so endete. Hm, nix drinne? Nix drinne. Schade. Tja, Alex. Was sollen wir denn jetzt machen, hm? Ich denke, wir sollten uns weiter vorankämpfen. Aber nicht ohne eine Getränkeflasche in der Hand. Denn nur Durst, die macht sie heute frisch und trocken. Und, äh... Naja, irgendwie so oder ähnlich. Ich seh überhaupt nichts. Ich seh mehr. Ohne dein Licht bin ich so blind wie ein Maulwolf. Ja, dann bleib bei mir. Wir müssen durch diese Tür durch. Ja, aber siehst du. Ein Elektroschloss. Wie sollen wir das aufkriegen? Mal sehen, ob wir eine Powerbox finden. Eine Powerbox? Okay. Ich seh schon, was ich machen muss. Naja, klar. Luftschicht, äh... Da bin ich am liebsten drinne unterwegs. Ich würde gerne die Sachen da hinten sammeln. Und ich werde das jetzt auch mal versuchen. Mal schauen, ob es hinhaut. Okay, das war dumm. Und das ist mein Tod. Au! Großer Bruch, wo auch immer der jetzt herkam. Also, das wundert mich doch etwas, dass ich mir jetzt irgendwas gebrochen habe. Ja, kann passieren. Stimmt, warum ziehe ich mir die Sachen eigentlich nicht so ran? So kann ich nämlich auch die Taschenlampe auslassen. Ich mach mir Licht. Und lang... Wackeldackel hier in so einem dunklen Bereich rum. Okay. Ich krieg Munition. Hm. Eine Ratte? Eine Ratte? Ist hier eine Ratte? Das hört sich ihm gerade verdammt an einer Ratte an. Irgendwie gefällt mir der Bereich hier nicht. Hey Lix, ich hab doch Angst im Dunkeln. Kannst du mich doch nicht alleine lassen. Okay, mit Energie sind wir schon mal voll. Das ist ja was. Und eine neue Lichtquelle gefunden. Waffe! Eine Waffe! Oh, noch eine Waffe. Tja, ihr Mäuse, ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr. So, erstmal hier alles ranholen. Noch ein bisschen Munition. Und... Ja, wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich damit auch losgelaufen wäre. Aber, naja. Okay, da soll ich anscheinend nicht durch. Hm. Aber hier ist auch kein Weg. Doch. Eine Tür. Mach mir auf. Dem Manns nachladen denken. Oh, dem geht's nicht gut. Und ich will nichts senden wie er. Energie! Wir haben Licht. Der sprach, es werde Licht und es wacht Licht. Ja, ich hab ne Waffe gefunden. Und deswegen muss ich mal kurz was umstellen. Nämlich, äh... Ich spiele gerne mit Waffe schnell wechseln. Anwenden. Okay. Ja, ich lass das jetzt drin. Zwei ist meine Pistole. Vier ist meine Schrotflinte. Und eins ist mein Korabiton. Hm. Weg mit dir. Ähm... Ja, wer oder was schießt er auf mich? Achso. Äh... Ja, ich hab jetzt eben gerade mal die Optik ein bisschen genossen. Deswegen hab ich auch nix gemacht. Nö, Alex kann eigentlich hier so gut wie alles erledigen. Selber arbeiten ist ja doof. Wer selber arbeitet, ist selbst schuld, so. Nur wer hat hier vorher noch geschossen gehabt? Von hinten. Mach ich. Und warum mach ich das? Damit Alex da alles erledigen kann. So, kurz mal aufladen. Da ist der Nächste. Alex, schnell, schieß! Na komm, ich mach auch mit. Sonst wär das ja unfair. Dann gibt's wieder Ärger von der Frauenvereinigung oder so. Und das will ich nicht. Ähm... Alex, irgendwie geht's hier nicht... Doch, hier geht's weiter. Oh, nee. Hier sind ganz viele Bugleichen. Boah, bist du doof. Fängt die Olle einfach an, hier rumzustöhnen wie ein Zombie. Sieht so aus, ja. Tja. Weil das ausgefallen ist, machen wir hier weiter. Mh. Das ist nicht schön, dass es euch hier gibt. Das ist gar nicht schön. Bugs. Das heißt, hier gibt's auch irgendwo ein Brain Bug. Und jeder, der jetzt nicht weiß, was ich meine... Schaut euch Starship Troopers an. Für alle anderen, die wissen, was ich meine... Schaut's euch nochmal an. Na komm, du stehst doch bestimmt auf, oder? Nö. Was ist das denn? Hm. Ein Kombin-Zombie. Nö. Das ist quasi ein... Ein... Zombain. Stimmt's? Ja, ein Zombain. Ja, ja, schon klar. Boah, bist du lustig. Komm, mach den Weg frei. Hier sind doch irgendwo Ratten. Hast du dich bewegt? Zugst du, oder was? Achtung, er hat eine Granate. Boah, bist du doof. Tja, hat er sie selbst mit erledigt. Blöder Zombain. Äh, Alex, ich glaube, du müsstest hier vielleicht mal die Tür oder so aufmachen. Hm, was hältst du denn davon? Alex, ich will hier raus. Please open mich the door. Alex? Ich glaube, ich weiß schon, wo ich lang darf, oder? Nee, doch nicht. Hm. Alex, sag mir, wo ich lang soll. Ich sehe hier nämlich eben gerade keinen Weg. Mal wieder. Alex? Sie redet nicht mehr mit mir. Ach, gehen wir einfach den Weg. Hm, ist ja offensichtlich. Oh, machen wir erstmal Licht hier. Ja, genau. Machen wir so viel Licht, dass... Au, 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 au. Okay, wir sind hier mitten im Zombain-Gebiet gelandet. Ah, Granate! Ah, Granate! Ja, genau, explodiert von meinen Füßen. Ähm. Alex, ich habe hier kein gutes Gefühl, denn wir haben jetzt auch wieder Musik. Und das ist verdammt düster hier. Ja, hier kann ich nicht durch. Und mit irgendwelchen Saftflaschen hier gegen kämpfen, ist glaube ich auch keine gute Idee. Alex? Hinter dir! Ja. Ja, ich helfe dir doch gerne, Alex. Ah! Ey, ihr dürft ja nirgendwo fehlen. Ihr dürft nicht fehlen. Oh, geil. Irgendwie ist es eben gerade hier ziemlich dunkel geworden. Und das sieht nicht gut aus. Alex? Genau, tritt ihn, schlag ihn, beiß ihn, gib ihm Tiernamen. Zombie! Gib ihm böse Tiernamen. Böser Zombie! Oh nein, nein. Nicht die schwarzen... Nicht die schwarzen Brain Bugs. Die mag ich ja gar nicht. Diese dummen Giftviecher. Ich hasse sie. Und könnte... Ja. Danke. Ja, genau. Lauf da alle rein. Ne? Hier, mach mal schön Lagerfeuer. Und wir müssen jetzt warten, bis das Feuerchen aus ist. Denn da durchlaufen, das wäre ja reichlich blöd. Ah, dankeschön. Komm, Alex. Wir haben da hinten eine Tür aufgemacht. Au! Au! Der war doch tot! Alex, wir wollen hier durch. Komm! Wir müssen hier weg. Ah! Ihr habt das schon mitbekommen, dass ich die nicht mag, ne? Oder dass ich euch nicht mag. Ja, zumindest muss ich sie hier nicht anleuchten. dass wir jetzt erschaffen haben. Ja, das actually so. Mech. Was ist was mich hier nicht alle hier?